Alles oder Nichts So, Nürnberg war super geil. Nürnberg. Nürnberg. Wir haben eine wunderschöne Nacht im Ahr Hotel gehabt. Zumindest ein paar von uns, ein paar auch nicht. Jetzt werden wir uns erstmal auf den Weg zum Thomann machen, noch ein bisschen was einkaufen und dann fahren wir nach Weinheim. Heute nächste Show. Wird der Hammer, wird echt geil. Wir freuen uns voll. Thomann. Thomann. Aber wir haben kein Geld. Wir rufen jetzt zum Crowdfounding auf und wer spenden will, wir nehmen die Spenden an. Und es ist Weihnachten. Die alten Türen heute fest verschlossen. Zu viel. Wir haben kein Geld mehr vor. Wir haben kein Geld mehr vor. Das ist Weihnachten. Ein Geld mehr vor. Wir haben ein Geld mehr vor. Hier sind heute und heute. Wir haben uns jetzt schon vieleativos. Scherz, entschuldige Menschen, für euren Mann Nein, nein, lasst mich sehen Macht alle nur gemeinsam, wir sind hier nicht stoppig Nein, nein, stoppig